ja liebe leute damit alles ganz herzlich willkommen zu einer runde 2 hat er gerade wirklich zwei jungen gesagt ja liebe leute wir zocken wieder mycraft und zwar wir zocken zwei jahren wie ihr es gehört habt der liebe elu bremen zockt zwei jahren nein es ist zwar keine lüge aber es ist ja nein es ist echt zwei jahren ich lüge nicht zwei jahren ihr habt richtig gehört zwei jahren jeher die springe gerade irgendwelche sinnlosen pilzen hoch und runter so was macht er wird nun was mache ich sonst anders nö außer hier billige da scheiße außer ihr billige blöcke zu springen ist er sich anbelungen ja jetzt geht es tatsächlich los wie ihr sie in einem schönen heißen ballon das kennen die richtung muss direkt in der ersten versuch verkackt ist auch noch ja tatsächlich mal verkackt nein ich vollidiot und wenn man verkackt hat man so eine kleine hilfe dann dann kriegt man irgend so eine hilfe dass da irgendwie ein block glaubt war irgendwie so und aber das ist ja uninteressant ich weiß ob die so schön wäre ja dann ist irgendwie so eine hilfe aber irgendwie finde ich die die hilfe und kommt es meistens noch schwerer irgendwie das fehlgemacht von oben springen ja liebe leute ich will mir Zeit alt irgendwie zu verkacken oder immer als allererstes im ziel zu sein leute ich muss nicht als erstes im ziel sein ja da gibt es halt immer noch so kleine zwischenschwinger fragen sind die auch nötig das ist gut gemacht worden die map ist gut ja juba ist mir gefallen ich finde ich finde die inseln hier wo ich immer draufstehe ist mir runtergefallen ja da vorne sieht er keine hilfe bekommen aber wenn man zu dünn ist dann auch dass ich springen habe und irgendwas verliebt ja einmal man ja zwischenzeitlich mal ein paar fails reingemacht aber egal ich finde es auch so gut ich finde es gut ich bin so dumm Leute wie ist das ich kann echt kein Trayjam ich bin echt zu zu inkompetent dafür da unten steht auch mal Unit 4 Unit 4 Light Aura das ist ein äh ja das ist gerade die Map wo ich dann drauf spiele oder man verkackt einfach schon direkt am Anfang oder ist gerade fast da und dann verkackt man ich weiß nicht wo jetzt hier meine Hilfe ist ich weiß nicht wo jetzt hier meine Hilfe ist sinnvolles ach ich muss hier auf ja dann wenn man auch nicht hier die Taste zum Laufen zurückdoppelt das ist nicht von mir boah hier ist doch gar keine Hilfe dazu kommen oder aber es kann aber auch sein dass hier am Anfang dass hier irgendwie dann so am Ende kommt ja so ist aber was aber hey Leute warum kann ich halt nicht hoch ach so ja jetzt okay jetzt jetzt ich einfach noch weiter hoch oh du hast gerade gesehen Leute ich kann da nicht hoch warum mhm Leute könnt ihr mir mal sagen was ich hier gerade irgendwie falsch mache schreibt mal in die Kommentare was ich falsch gemacht habe ah jetzt habe ich es geschafft Leute wow was soll denn jetzt hier leicht denn sein oh oh super fail alter hier war ich soweit aber ich bin zwar vorletzter aber was sollt ich habe glaube ich einer der wenigsten Versuche ne das geht glaube ich hier irgendwie um Punkte ja was soll ich an eurer Stelle lieber doch spielen ja wie ihr jetzt halt gesehen habt mein Ding ist weg oh geil ich bin Deutsch jetzt da ich hoffe ich bin noch weitergekommen ja jetzt jetzt ans P4B nein nicht ans P4B oder nein 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 bitte nicht na gut okay gehts nicht äh es ist boah nein es ist tslash ja lieb ja liebe Leute ich hoffe es hat euch doch mal wieder ein bisschen gefallen auch wenn ich nicht so gut bin in Jump in 1 aber vielleicht hat es euch doch ein bisschen Spaß gemacht wenn ihr doch mal die Freude dann bekommt ähm 2 Jump zu spielen vielleicht auch zum Team hier vielleicht sein wir doch mal schneller und iches vielleicht etwas besser wer gerne möchte namesidan in die Kommentare schreiben wenn ja zwei 처음 Spielen lást拱d würde mich mega freuen würde und auch andere Spiele wie Kalb Ree surrealist Valey weil ichlegen würde natürlich wie Konto'sPs oder wie bei Kalb approximall Base jemals eh wer das gerne möchte kann das gerne nochmal mal tosame spielen und ja kapatende wir suchen jetzt noch representator über das Deck da awarde von Jetzt hab ich halt irgendeinen Ausgang, da war ich ausgang, genau, was hast du ich geschafft. Wir gehen noch eine Höhe. Hoffentlich wir schaffen's. Ja, bloß es geschafft. Krass. Wir werden noch ein paar weiter Höhe gehen und... ...wenn uns dann so eine Bucke auf Treppen nehmen können. Aber, der liebe Leute, wir müssen die Treppen... ...und ja, eine schöne Aussicht nochmal hier auf das Dorfzenten so. ...weil soll da auf Wasser stehen. Da die schöne Map... ...volle gemacht worden, muss ich sagen, da oben ist ein Flugzeug. Ist das wirklich ein Flugzeug, was da oben ist? Soll da einfach nur ein Drache darstellen. Und da hier unten ist ein Pummel sogar. Jetzt soll das gleich ein Fehler darstellen, das ist aber cool. Ja, liebe Leute, damit sag ich mich. Ja, diesmal betonen, nachdem die erste Folge leider nicht betonen war. Tut mir echt leider. Wirklich voll leid. Die werden wir nachgeholt. Und ich freue jetzt auch endlich mal um meine Qualität was besser ausläuft. Wenigstens was halt so. Und ich kriege dann mehr Zuschauer. Dankeschön, dass ihr Zuschauer habt. Und ein Tschüssi von mir unten abonnieren und kommentieren. Würde mich mega freuen für einen Daumen nach oben. Und viel Spaß. Bis dann. Tschüssi von mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.